Willkommen zurück zu Bistock Infinite. Es geht weiter. Wir haben ein kleines Päuschen eingelegt und gehen jetzt zur Station. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Abenteuer dort weitergeht. Und wir sind jetzt in Monument Island Eingang. Comstock wusste, dass ich komme. Wer hat es ihm gesagt? Die, die mich hingeschickt haben? Wenn ja, was haben... Ich konnte es so schnell nicht lesen. Oh. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Durchgang zum Monument Island. Hier gibt es Tickets. Ticketing. Dollarbill. Warte mal eben. Kohle ist immer gut. Beherrschungshilfe. Aha. Beherrschungshilfe lässt beherrschte menschliche Ziele Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Boah, das ist geil. Das ist cool, weil dann hört die Beherrschung nämlich nicht auf. Das ist ja geil. Alter, wie teuer das ist. Guckt euch das mal an. 1485, was? Krähenfallenhilfe bewirkt, dass die Opfer von Krähen, äh, Killerkrähen, zu Krähen fallen werden. Mhm. Fügt Mini-Cluster, also Mini-Cluster, für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Boah, krass. Boah, das ist ja heavy. Possession now turns Maschine and Man into Allies. Hold and release, to create a ghostly trap. Mhm. Können wir jetzt auch machen. Mhm. Drücke L2, um Maschinen oder Menschen zu Verbündeten zu machen. Du kannst L2 halten und loslassen, um eine Beherrschungsfalle aufzustellen. Wir können jetzt sogar Menschen beherrschen. Boah, wie geil ist das denn? Alter. Das in den falschen Händen. Bin ich froh, dass es sowas denn echt nicht gibt. Oh Gott. So. Ich bleib mal bei der Pistole noch. Äh. Knallt ihn ab! Na. Ich feiere das ohne Spaß. Das ist so geil. Woo. Juppie. Juppie. Der nächste. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Alter. Oh Gott. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wo ist der nächste? Hallo? Da hinten ist jemand. Ich würde gerne noch mal hier diese Dinge angucken, aber gerade ist so ein bisschen Action. Ich mache jetzt ungern diese Action. Ah, da hinten ist noch so ein... Ah, da hinten ist noch so ein... Ah, warte mal. Da hinten ist noch so ein... Ernsthaft? Startgleich ist immer super. So. Na klar. Na klar. Komm doch her. Wenn du was willst. Hä? Kann ich hier nicht... Ach so. Man kann nur zwei immer auswählen. Ach so. Nein. Äh. Verrecke, du Bastard. Komm doch her. Wenn du was willst. Wiii. Alter. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Das ist ein Traum. Alter. Ich habe gerade deiner Freundin den Kopf abgerissen. Erinnert mich ein bisschen an Killing Floor, muss ich sagen. Ja, komm her. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Da platzen die Köpfe, kann man sagen. So. Aua. Hör auf damit. Wo ist er denn? Oder wo ist sie denn? Mann, kann ich jetzt mal... Warte mal. Ich gucke mir das jetzt mal eben an. So. Ich hoffe, dass wir nicht jetzt getroffen werden oder so. Im Hintergrund. Unheimliche... Was? Gebilde in Kolumbia. Kolumbia staunt und erschreckt sich. Vor seltsamen Erscheinungen. Was ist das? Was sind das für Phänomene? Die erscheinen und wieder verschwinden. Kolumbias größe Denkerin schweigt dazu. Das war doch gerade die eine da, die... Von dem einen Typen, ne, oder? So. Ich glaube, das war es, ne, oder? Ja. Ich könnte ein bisschen Salz gebrauchen. Ach, guck mal an. So. Nochmal ein bisschen Salz. Sehr schön. Das verbraucht aber echt viel, ne? Wenn du mal guckst, unten links. Guck mal. Der hat jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Balken. Der verbraucht nochmal so einen kleinen, so ein Fünftel davon. Und der nimmt direkt die Hälfte. Also sie ist beherrschend. Das Beherrschen verbraucht am meisten. Ob man das irgendwann später ausbauen kann. Ich lass mich da überraschen. Was ist das denn hier drin? Eine Tasche, wo nichts drin ist. Ob wir da reinkommen? Steht zwar geschlossen dran, aber wir gucken mal. Ah, ja. Hat der gerade gesagt Tonikum? Tonikum war doch bei den ersten beiden Bioshocks. So. Okay. Äh, was war das hier gerade? Irgendwas hat hier gerade... Hä? Was? Silberigel? Hä, wo sind die... Ah, hier. Ich stehe direkt davor und sehe sie nicht. Verdammt. Salz. 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 So, was haben wir hier? Auch nochmal ein paar Silberigel. Und Munition für die Pistole. Aber wir haben schon wieder volle Munition. Lieber mal zweimal mehr gucken, als wie... Einmal. Nicht wieder ein Silberigel. Gesundheitstäschchen brauchen wir nicht, oder? Na, anscheinend doch. Aber so richtig Medi-Packs hat man nicht mehr, ne? Da fahrt man wahrscheinlich jetzt das... Da fahrt man jetzt anscheinend das Schild. So wie es aussieht. So richtig, so richtig. So Medi-Kits hat man nicht mehr. Das gefällt mir! Mhm. So mal eben kurz gucken. Warte mal. Äh... Achso, das war das gewesen. Was ist das hier? Gesundheit. Munition ist voll. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet, also... Äh, was? Boah, wie krass das ist. So, Skyline-Fracht nach Monument Island. Jetzt sag mir nicht... Äh... Ja, genau. Das sind die Schienen, aber... Ähm... Oh Gott, ich habe Angst. Alter, was? Wow. Wow. Alter, was? Wow, wow, wow. Alter Schwede. Das ging ja schnell Ach krass, guck mal, da hinten waren wir gewesen Wir sind quasi hier so irgendwie lang und dann Ach cool Alter Das würde ich gerne mal machen Nein, nicht das, sondern ich meine das mit der Mit dem Ding fahren da Oh Äh, was machen wir denn? Wir haben Gesundheit haben wir zwei Schild haben wir drei und Salzkapazität haben wir ein Machen wir mal Salz Ja, ich auch Sollen wir auf jeden Fall die Augen aufhalten Dass wir noch mehr Sachen kriegen Hier kommen wir nicht lang, das heißt wir müssen weiterfahren Ui Oh Gott Oh Gott Oh Feuer frei, bang, bang So So, was haben wir hier? Wir haben ja ein Voxofon, wo ich erstmal drauf haue Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen auf Erden Regen 40 Tage und 40 Nächte lang Und er tilgte alles Leben vom Erdboden Seht ihr meine Freunde Selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf Ah ja, ok Überleg mal, das ist alles hier am Schweben Auch die Schienen, ne? Wenn hier das Haus mal ein bisschen zu niedrig schwebt Dann ist die Fracht im Arsch Und die Schiene auch Naja, oh Salz Ah, haben wir voll Skyline-Steuerung Alter, das mit VR Ach du heiliger Strohsack Ciao Haben wir hier nicht wieder so einen Türen ein? Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnt? Weißt du, was der Kahn hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde Die gehen auf den Hals Heute wird der Gewalt Oh, oh, oh 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 Lass mich erstmal Das scheint noch da oben jemand zu sein Ich will mich erstmal ein bisschen umsehen Bevor wir weitergehen So Geld können wir immer brauchen Zumal wir mal an die Automaten müssen So Ansonsten ist ja auch nichts Das heißt, wir können mal Alter, das geht so schnell Boah, das geht alles so schnell Alter Das kriegt man alles nur so Im Halbflug mit Ob ich das so sagen darf So Wo kann man denn Ich mag das Ich mag das Zumal ich mag das einfach Es ist so geil Es ist einfach so geil Popmoney nehmen Ja, sehr schön So viel Kohle hatte ich aber In den anderen Teilen nicht Da muss ich echt knausern Äh Ne, du sollst in die andere Richtung Ja Juhu Äh Oh Da ist Monument Island Da müssen wir hin Oh Gott Oh Gott Das sind doch alles Hä Wir haben nicht aufgehört zu schießen Wieso? Kann ich hierhin die Waffen wegnehmen? Ich muss rauf aufs Dach Und diese Skyline nach Monument Island nehmen Wir sind aber ganz schön Ein Fromm hier am Beten, ne? Ich weiß, was du hier willst Falscher Hirte Ich sehe jede Sünde Die deine Seele verfinstert Wundet nie Die Pinkertons Alkohol Glücksspiel Und natürlich Anna Und jetzt Sind sie zufrieden Was führt sie nach Columbia Buka Bringen sie uns die Kleine Und tilgen sie die Schuld Das führt zu Blutvergießen Die Wind Aber so endet es ja immer nicht Es endet immer mit Blutvergießen Blutvergießen Aber woher kennt er unseren Namen? Woher kennt er uns? Das frage ich mich gerade Woher kennt er uns? Woher kennt er uns? Und warum sagt er es endet immer mit Blutvergießen? Du willst mein Lamm auf Abwege führen Aber dein Stab ist rum und entfahrt gewunden Geh, geh zurück in das Sodom aus dem du kamst Okay So, Zugang zur Skyline über das Dach Ja Wenn er doch so über alles Bescheid weiß Morgen Alter, was? Boah, du Scheiße Wow Alter Was wollte ich gerade gesagt haben Bevor ich angegriffen worden bin? Wenn er doch so über alles Bescheid weiß Ne? Warum weiß er dann nicht, wo wir Warum weiß er dann nicht gerade, wo wir sind Und kann uns da nicht erledigen Wenn er doch der große Wenn er der große Prophet doch ist Und der Allwissende Ja Dann könnte er doch mit einem Knopfdruck Einfach mal irgendein Haus Wo wir gerade drauf sind In die Tiefe fallen lassen Naja Äh, ich wollte ja eigentlich noch gar nicht rein Warte mal eben Aber das sind die sogenannten Profi Mit Gänsefüßchen Na Ja, alle immer das Gute erzählen wollen Ich glaub immer an das Gute im Menschen Ja Ist klar Was ist hier? The World of the Prophet Ich dachte jetzt liegt wieder die Holy Bible Keine Sorge Ich tue dir schon nichts Ich glaube auch nicht, dass sie Angst hat vor uns Vater, kommst du auf unser Prophet? Ja, was haben wir hier? Der Herr vergibt alles Aber ich bin nur ein Prophet Ich muss nicht vergeben Amen Amen Was? Was? Wow, Alter Jetzt kommen wir aus dem Zippel Oh Gott, 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 oh Gott Oh krass Öh, achso Alter Betritt Management Island Alter Schwede, was ist denn hier los? Geschlossen auf Anordnung des Propheten. Monument Islands. Ja, ja, ja. Mal kurz gucken. Jetzt hat das Ding da in die Tiefe gefallen, ne? Na ja, gut. So. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Es ist hier... Betritt Monument Island. So. Es scheint mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovon hatten diese Leute schon gesprochen? Äh, solche... Nee, wovon hatten diese Leute Angst? Solche Angst. Finde das Mädchen. Wissen, wieso man sie hier entsperrt. Monument Island. Achtung, geschlossen. Zutritt verboten. Anordnung der Polizeibehörde von Columbia. Das sieht... nicht danach aus, als würden wir hier... eingeladen sein. Die Frage ist, wie komme ich hier rein? Hier vielleicht? Nein. Gibt es hier einen anderen Weg oder so? Ach, da. Wie cool dieses Move-System gemacht ist. Mit diesem Hinspringen und so. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die westlichen Gebirge in Flammenhüllen. Ja, das kennen wir schon. Das haben wir schon gelesen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon so ein dritten Mal vorgelesen. So. Wie riesig die Tür ist. Was steht da? Parts is point. Zwölf. Power. Quarantäne. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier?